Von Frieden in der Ukraine weit und breit nichts zu sehen. Aktuell zu Putins weiteren Kriegszielen aus Moskau eine Einschätzung unseres Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Ich kann im Augenblick noch keine Bereitschaft erkennen, bei Wladimir Putin Frieden zu schließen. Ich denke, dass der russische Präsident zuerst sein Minimalziel in diesem Krieg erreichen möchte. Dieses Minimalziel könnte sein, die vier ukrainischen Provinzen, die Russland am 30. September 2022 annektiert hat, erst einmal vollständig unter Kontrolle zu bringen und dann in die russische Föderation zu integrieren. Dabei handelt es sich um Donetsk, Lugansk, Saparose und Kherson. Im Falle von Kherson und Saparose kontrolliert Russland 70%. Im Falle von Donetsk 55% und Lugansk zu 95%. Es ist also noch ein langer Weg für Russland, wenn man das so formulieren darf. Eine Herkulesaufgabe. Und es gibt sogar Stimmen hier vor allem unter den Ultranationalisten, die sagen, dass Putins Minimalziel sogar noch durchaus weitaus größer sein könnte, als das, was ich gerade hier genannt habe. In diesen Kreisen wird davon ausgegangen, dass Russland auch versuchen könnte, die Provinzen Odessa und Nikolaev zu erobern, um die Ukraine vom Schwarzen Meer abzutrennen. Denn dann und nur so könnte dafür gesorgt werden, dass die Schwarzmeerhalbinsel Krim von der Ukraine nicht mehr in dem Maße angegriffen werden kann, wie das im Augenblick der Fall ist. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.